Willkommen zurück zu The Forest. Kannst du jetzt wieder was in die Hand nehmen, du aaaaaa... Ja, danke. Ähm, wir ziehen mal ein bisschen rum und ich würde mich irgendwo... Keine Ahnung, wo siedeln wir uns an? Gute Frage eigentlich. Vielleicht ein bisschen im Wald. Hier in der Nähe, aber nicht ganz nah. Vor allem nicht... Ach, das ist ein Giftbeeren. Ja, ich weiß, man kann sie auch wegschlagen. Aber ich find's... Ich mag Feuer. Äh, mhm. Sehr informativ, ja. Nein, Kinder, macht das nicht nach. Wieso kommt hier eine Musik? Versteh ich nicht. Die Atmosphäre macht mir gerade Angst. Allein die Atmosphäre gerade schon mit der Musik kommt nicht so gut rüber heute. Da haben wir auch noch ein Haus. Irgendwie ist der cool. Scheint hier auch nicht so weit weg zu sein vom Stoß. Wo waren hier noch mehr die Plattform? Da. Ähm. Und zwar will ich noch mal so ein Ding bauen. Am besten hier so, wo die Lichtung ist. Hallo, Lurch. Ich dachte, ich hab grad was gehört, aber... Nee, ich glaube nicht. Ähm, genau. Und ich möchte hier noch gerne ein Beet hinbauen. Doch, da ist es. Ich glaub, die funktionieren sogar. Ähm, ich glaub, die sind zu klein, die... Mach das mal zusammen. Danke. So. Bam. Dann hacken wir einen Baum um, denn er ist einfach ganz dumm, was? So. Der arme Baum, der hat auch Gefühle. Vielleicht immer so ein Baum. Er könnte auf euch drauf fallen. Äh, was? Sag ich doch. Der hat grad absichtlich... Der wollte auf mich drauf. Das habt ihr ja gesehen. Ah. Okay, ich hab was angepflanzt. Hoffentlich funktioniert das auch. Und... Boah, Lurch. Schreck mich. Ähm, ich glaub, wir können da eh nur was dran bauen, wenn wir... Das Ganze schon jetzt machen. Wo bist du? Geh weg! Oh Gott. Leute, ich hab einfach grad Panik. Ich bin grad erst rein und ich kann hier grad noch nicht kämpfen gegen die... Junge. Wir gehen hier also entlang. Wo ist denn die andere? Die waren doch zu dritt, oder? Ist sie weggerannt? Da ist ein Camp. Da ist ein Camp hier gleich. Kein Wunder, dass die hier lang gegangen sind. Wenn hier so ein Camp ist. Ihhh. Boah. Oh, bitte. Lass mal essen. Ähm. Na, lecker. Oh Gott. Aber ich glaub, hier ist kein Teich in der Nähe, oder? Pülze sind... Oder doch. Da ist sogar ein Teich. Sag mal, wenn's hier Fische gibt, ne, Leute? Wir sind... Wir können uns zumindest abwaschen. Aber Fische scheinen es hier nicht zu geben. Alter, Leute. Hab ich mich grad verjagt. Ich muss jetzt einfach handeln, denn... Ähm. Ich hab auch sehr mitbekommen von anderen, ähm... Spielern, dass diese... Ureinwohner hier... Oh. What? Ähm. Zurzeit ein bisschen verpackt sind. Und das... Ich will kein Risiko eingehen, Leute. Ich will einfach kein Risiko eingehen. Das ist einfach mir zu hoch. So. Baum weg. Baum fällt. Oh Gott. Da ist einer. Was sind das? Mehrere? Das sind mehrere. Alter, die laufen ja überall rum. Die laufen überall. Huch. Ach, da ist was... Ist da was gewachsen? Warte, da ist... Ah. Kein Wunder. Wir sind hier an dieser Stelle, wo die in der Nähe immer waren. Aber wenn die da... Die rennen da irgendwo. Ich werde hier noch ein paar Sachen bauen, ne? Vielleicht... Bauen wir einfach mal so ein Arm-FG. Da alle FGs sowieso zu denen wären. Aus irgendeinem Grund auch immer. Alter, ich hab grad so scheiß Angst. Vor den Viechern. Wo ist denn der? Da. Oh. Alter. Ich hab grad echt voll Panik vor denen. Dass die hier einfach wieder vorbeikommen. Denn das ist nicht lustig mit denen hier. Survival. Würde Gronkh jetzt sagen. Hör zu viel wie Gronkh jetzt gelaut. Irgendwann sagt Gronkh alle Wörter. Und dann darfst du nix mehr sagen. Das ist... Ich glaub auch wenig, dass er da jetzt was dagegen hat, wenn man irgendwas von sagt, was er auch sagt. Denn man gewöhnt sich's ja an, wenn man ihm zuschaut. Das ist ja irgendwo. Für jeden, der jetzt sagt, höh, zu viel Gronkh geklaut. Ich glaube, es ist ihm scheißegal, wer das sagt. Und dann noch ein schönes Lagerfeuer bauen. Oder ich baue's ein bisschen. Wir müssen ja auch gleich pennen, ne? Ich baue's... Ich baue's... Hier hin. Ich bezweifle nämlich, dass Gronkh da irgendwas dagegen hat, wenn man... Was sagt, dass er ja auch sagt. Och, der kann schon nicht mehr. Der Arme. So, jetzt brauchen wir noch Steine. Ach, der kann schon gar nicht mehr rennen. Oje, oje, oje. Da ist schon... Der ist schon fertig hier. Rockedit. Hä? Braucht ich da nicht Locks? Äh, hol. Doch. Da sind noch zwei. Den nehm ich noch. Ich bin hier jetzt immer übervorsichtig. Ich bin mir auch sicher, dass sie uns nachts immer wieder mal einen Besuch abstatten werden. Das glaube ich schon fast. So, ich brate einen Lurch. Nehm einfach mal die Flergern lieber. Ich fühle mich hier einfach gar nicht sicher. Einfach schutzlos gerade. So, essen wir mal. Ähm... Die Folge ist eh schon gleich wiederum. Wir haben ja schon ein bisschen was geschafft. Ich hau den Baum hier noch weg. Tust du das mal? Danke. Nachts wird schlimm, glaube ich. Vor allem, wenn wir es nicht mehr rechtzeitig schaffen zu schlafen. Denn nachts sind die Ureinwohner ein bisschen aggressiver angeblich. So. Danke, Timer. Bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.